So meine Freunde, da bin ich wieder mit der Open Beta von Battlefield 4 und wir machen mal noch diesen anderen Spielmodus. Conquest hatten wir vorhin und jetzt machen wir Domination. Oh, diesmal ging es schneller. Da ist dieser wunderschöne Wolkenkratzer, wo ich ganz oben drauf stand und alles ist ineinander zerfallen. Und wieder in Shanghai. Ähm... Richtig geil. Ein Unentschieden. Ich komme ins Spiel rein. Unentschieden. 300, 300, USA, China. Ja, dann müssen wir doch gleich mal das nächste Spiel abwarten. Wenn ihr laden würde. Es war ein schwarzer Bildschirm. Laden. Okay. Okay. Ah, er muss erst speichern. So, Domination auf Shanghai. Der zweite Anlauf. Ja, die Matches bei Battlefields gehen immer sehr lange. So, was haben wir denn hier? Ähm, ich nehme natürlich den... Wo war er denn? Oder wie? Den. Was habe ich hier? Äh, den Medik. Da? Wir haben hier. Wir haben hier einen Objektiv Alpha. Das war der zweite Anlauf. Und dann? Der zweite Anlauf. Der zweite Anlauf ist der zweite Anlauf. Irgendwie treffe ich da nix. Ich habe Tomaten auf der Augen. Und meine Munis alle. Ich werde mich mal, äh, vorkriechen. Feuereffekte sind auch ganz nett. Habe ich aber schon bessere gesehen. Ah, ist jemand zu... bei ihm reingerannt. Mein, mein, äh, Dings wackelt extrem. Ich habe ein... Glaub ich. Oder Unterstützung dazu. Ha, wie das Medi-Kit wieder abgeflogen ist. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht alleine hier. Ich bin gleich tot. Ich habe einen. Mr. Sniper irgendwas. Oh, und ich bin gleich tot. Alter, wer ballert denn hier? Ey, ich habe was und bin fast tot. Alter, ich bin total am Arsch. Oh, oh. Ey, ich habe gar nix mehr. Ich werde gleich tot sein. Ich bin gleich sowas von tot. Ich bräuchte mal Muni von euch, Mann. Jawohl, haben wir uns jetzt gegenseitig, oder was? Habe ich nicht mitbekommen. Leider. Bin ich denn jetzt? Ich habe irgendwas da hinten getroffen. Alter, hier fliegt auch alles umher. Oh, hier ist wieder ein Fahrstuhl. Oh, hier ist wieder ein Fahrstuhl. Oh, hier ist wieder ein Fahrstuhl. Oh. Hier ist wieder ein Fahrstuhl. Hier ist wieder ein Fahrstuhl. Oh, hier ist wieder ein Fahrstuhl. Oh, das war einer von mir. Oh mein Gott. Hier ist dein Mann! Geh' ihn! What? Granatwerfer. Da kann ich nicht viel machen. Was macht ihr denn hier drin? Er hat mich abgeknallt. Was macht denn hier mal diese komischen Geräusche? Ah, das ist der Einer aus meinem Squad. Der macht immer ganz komischen Geräusche mit seinem Headset. Das ist richtig doof. Der hat seinen Fernseher zu Hause so laut gedreht. Da hab' ich dich. Du lag' im Nebel und ich bin tot. Krieg' ich den in meinen Squad nicht irgendwie... ...stumm geschalten? Team-Setup? Ah ja, hier. Ähm... Ah, jetzt bin ich da einfach reingegangen. Oh, jetzt hab' ich nicht mehr dieses komische Gballer. Das ging einem aber auf die Nerven. What the fuck? Okay, da waren etwas viele drin. Konnt' ich nicht wissen. Los, mich mit! Objektiv-Alpha has been neutralized. I've taken Objektiv-Alpha. Oh, hinter mir! Da hab' ich schön auf meinen Kollegen geguckt. Da unten liefen sie. Schade. Wenn ich mal hingucke, laufen sie nicht mehr. Ich hab' ihn aber. Aber auf dem Fenster rumstehen ist ziemlich gefährlich. Nein! China hat gewonnen! Schade. Kommt jetzt nicht noch ein Rücken-Match oder so? Aber irgendein Band, wie er gekriegt, und irgendein Gegenstand. Ah, diesmal nur 7. Ja, ein Match können wir noch dran. Ich hab' einen Muzzle-Brack freigeschalten, was ist das denn? Muzzle-Brack? Natürlich in Shanghai. Es gibt nur eine Karte in der Open-Beta. So wie es scheint. Schade, dass es zu Call-of-Duty keine Beta gibt. Würde ich auch gerne schon spielen. Aber es wird zu Destiny eine Beta geben, für die Vorbesteller. Und, äh, die halt so'n Code bekommen. Ah, einnehmen, einnehmen, einnehmen. Nehmen wir diesmal... Was ballert er denn hier? Cool, jetzt haben sie die Dinger runtergelassen. Irgendwie ist es gerade mein Kollege hier verreckt. What the fuck? Hab' ich keinen mitgenommen? Der Granatwerfer ist nicht so effektiv. Ah, da war irgendwo ein Sniper. Besten ist, ich komm' hier... ...auf den Hau... Jetzt lass' mich hier! Jawoll. Wand kaputt, ich komm' mal nicht durch. Was war das? Aber da ist voll das Auto explodiert und der... ...gute Mann dahinter ist nicht hoch, äh, gegangen. Ein bisschen doof. So, nicht, mein Freund. Oh! Aber so. Mei, oh, mei, oh, mei. Wo ist denn mein Kollege hier? Ich kann auch noch Midics werfen. Warum mach' ich das nicht? Da hab' ich noch ein. What? Da hat er mich eiskalt erwischt. Oh, oben drauf. Sehr schön. Das gefällt mir. Hey, ich hab' ich dich. Da läuft's auch einer. Ich seh' ihn. Oh. Aber Unterstützung noch bekommen. Da hab' ich ihn. Ja, ist ein bisschen unfair hier oben. Und er ist runtergefallen. Hey, meine Muni geht zu Ende. Das ist ja mal gar nicht gut. Mit der letzten Kugel hab' ich ihn noch. Ich brauche Muni. Ich brauche Muni. Ich habe keine Muni mehr. Ich brauche mich lieber runter. Okay. Okay. Zweimal A drücken ist wohl Fallschirm. Wenn man dann nochmal drückt, fällt man sofort wieder runter. Okay. Spawne beim befreundeten Kumpel und man ist tot. So, jetzt sind wir hier. Hier. Jo. Ich will mit. Du-du-du-du-du-du-du-du. Ja. 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 Töte ihn. Töte ihn. Töte ihn. Da liegt er. Oh, er ist tot. Hey, Hoppeen! Na, wäre zu schön gewesen, dass ich den noch kriege. Ja, hat noch einige Grafikfehler. Jetzt kommt er bestimmt gleich aus dem Fahrstuhl, irgend einer. Ja? Schade, wenn ich jetzt wieder weggehe, kommt 100 pro Ena, dann schießt er mir in den Rücken. Ja geil, jetzt komme ich hier. Doch, ich komme rüber. Begeleitet, wir sind nur Neutron, objektiv bravo. Ne, da traut sich keiner auf dem Dach. Die Leute immer hinschießen. Manche sieht man überhaupt nicht. Die Leute, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute! ja der war anscheinend schon tot da ist einer drinnen gibt es ja wohl nicht ich habe mich genau gesehen und ich habe keine Muni mehr Kill-Unterstützung hey diesmal haben wir gewonnen wieder auf dem siebten wie im letzten Spiel so Leute das war Battlefield 4 die Open Beta vielleicht mache ich noch ein paar Let's Plays aber das weiß ich noch nicht aber hier ist erstmal Schluss und wir sehen uns bei irgendwas anderem bei irgendeinem anderen Let's Play so Leute haut rein bis zum nächsten Mal Tschau Tschau